Blicken wir zurück, was im Vorfeld von Ragnarök geschah. Was? Du willst Lübu als erstes in den Kopf schicken? Ist das dein Ernst? Ich weiß, er war der stärkste Krieger der drei Reiche. Aber hat er wirklich eine Chance im Kampf mit einem waschechten Gott? Die Götter beziehen ihre Macht seit jeher aus ihren Waffen. Und wie du weißt, werden eben diese Waffen im Himmel für sie geschmiedet. Wir könnten diesen unfairen Vorteil umgehen, indem wir sie ausrüsten. Du willst also... Äh... Ist das nicht... Du hast nach uns verlangt, Brünnhild? Wie es sich unsere älteste Schwester gewünscht hat, erscheinen wir elf Valkyren heute zu diesem dringlichen Treffen. Wow! Unsere Schwestern! Das dürfte das erste Mal sein, dass sich alle dreizehn von uns an einem Ort versammeln. Unglaublich! Aber was zum Teufel hat das zu bedeuten? Was hast du vor? Na los, sag schon, Brünnhild! Wir werden die Spiele beginnen. Ich bin ... Aber da war ein, paar Boe ... Und was Herr Hecht will. Untertitelung des ZDF, 2020